also vielleicht einleitend noch ein paar kurze worte zu unserer firma und meiner person ihr links im bild und in meinem video hintergrund sehen sie bereits ein rendering unseres neuen hauptsitzes hier in basel in der schweiz aktuell befinden sich die gebäude noch im bau was durch die krise nicht gerade erleichtert wird aber wir hoffen schwer darauf dass das dieses jahr noch fertig die schweiz stellt unseren grössten markt da wir sind aber als bauers group auch in den ländern deutschland belgien und luxemburg aktiv da wir im ausland primär durch firmen zukäufe wachsen und da auch ganz unterschiedliche marktsegmente abdecken lässt sich unsere it nur zu teilen zentral betreiben wir auf diesem diagramm sichtbar ich versuche nach kurz zu aktivieren haben wir zwar eine group it aber auch lokale organisationen in den ländereinheiten wie hier in der schweiz und deutschland usw lokale projekte und initiativen werden aber natürlich auch in der gruppe geteilt und über entsprechende gremien koordiniert die it security wird bei uns auch als einheit in der group it hier bereits markiert gesteuert und durch vertreter in den lokalen ländereinheiten ergänzt ich selbst bin september letzten jahres zur it schweiz gestossen und verstärke hier das lokale team als zusätzlichen security manager software entwicklung ist zu ein lokales spezialgebiet das vor allem in der schweiz aktuell ist deswegen ist auch die ganze thematik rund um der secops bei uns sehr aktuell wie erwähnt ist natürlich auch hier das ziel dass unsere lösungen und erfahrungen irgendwann auch in der gruppe zur verfügung gestellt werden in folgenden slides werde ich daher vor allem die situation bei uns bei der basa versicherung in der schweiz demonstrieren zuerst einen kurzen überblick über unsere aktuelle devsecops landschaft als entwicklungssprachen kommen bei uns prima java und javascript zum einsatz wir fänden auch gerne und viel open source versuchen aber hier nicht nur zu profitieren sondern womöglich und sinnvoll auch selbst code zu veröffentlichen wir sind so um die 150 mitarbeiter in der it schweiz die zahl variiert immer mal wieder stark ist vermutlich nicht ganz aktuell da wir auch immer wieder mit externen lieferanten arbeiten verteilt wir sind verteilt in diverse teams und arbeiten durchgehend nach agilen methoden unsere entwicklungsbasis infrastruktur besteht primär aus bitbuckets als code repository nexus für die artefakte und für die ganzen deployment prozesse und bild prozesse verwenden wir jenkins und jira zur statischen code analyse hat sich bei uns das tool sonar cube etabliert hier natürlich ist auch das scanning auf sicherheitsschwachstellen in unserem eigenen code im fokus das thema containerisierung ist natürlich auch bei uns sehr aktuell wir investieren da auch viel in diese thematik und ein teil dieses vorhabens war auch die entwicklung meiner kollegen eines separaten tools welches alle produktiven images basierend auf klär nach schwachstellen in den image komponenten scannt und die verantwortlichen automatisch alarmiert daneben setzen wir natürlich auch auf die eher klassischen tools und manuelle penetration tests und ein paar weitere komponenten die ich hier der einfachheit halber nicht alle aufgelistet habe wir schauen uns auch zusätzliche tools an um diese penetration tests zu ergänzen diese ganzen das tools sind bei uns auch thema den aktuellen fokus vor allem bei mir liegt allerdings im moment auf sicherheitsschwachstellen in der reise können hier also noch keine perfekte success story demonstrieren wir konnten aber dennoch einige erfahrungen sammeln und heute auch unsere erfolge im bereich der automatisierung demonstrieren zum projekt nexus lifecycle ein kurzer rückblick wie das projekt bei uns gestartet ist unser pc fern bereits ende 2017 statt und wir konnten die lösung in einem kleinen rahmen einführen da wir mit jenkins arbeiten war für uns vor allem die integration über das entsprechende plugin interessant welches sie in diesem beispiel hier sehen hier sichtbar ist dass der bild automatisch gescannt wurde man hat einen link zum report die entsprechenden resultate sichtbar und wie hier zu erkennen ist haben wir unser policy so konfiguriert dass keine warnings im bild entstehen solange keine kritischen schwachstellen erkannt werden die qualität der resultate von nexus lifecycle haben uns überzeugt sowohl im hinblick auf die false positive rate aber auch auf die angereichenden informationen die sona type mit liefert das projekt stagnierte dann aber leider trotzdem etwas und wir haben uns ein wenig gedanken gemacht wie wir die lösung positionieren wollen dabei haben sich im kern eigentlich zwei fragen herauskristallisiert die wohl in den meisten firmen relevant sein dürften einerseits ist das wie überzeugen wir das management auch im sinne von wie rechtfertigen wir die kosten sowohl auf lizenzseite aber auch für die anfallenden arbeitsaufwände für die behebung der probleme aber auch die thematik wie wir auf weitere teams zugehen und ihnen das onboarding erleichtern zur ersten frage gibt es sehr viele beispiele aus dem markt an denen man auf die problematik aufmerksam machen kann ein sehr bekannter fall war der equifax breach der auch auf eine entsprechende open source komponente zurückzuführen war dieses diagramm finde ich sehr spannend weil es aufzeigt dass selbst nach dem jahrestag der bekanntmachung die download zahlen der verwundbaren komponenten gestiegen sind gegenüber dem damaligen zeitpunkt wenn man jetzt noch betrachten würde wie viele anwendungen seither gar nicht mehr neu gebaut wurden und immer noch in betrieb sind wäre das bild vermutlich noch deutlich düsterer anhand solcher fälle kann man gut auf die problematik in der ganzen industrie aufmerksam machen aber nicht unbedingt auf den stand in der eigenen firma hier wären eigene klare zahlen über die ganze infrastruktur deutlich sinnvoller equifax ist übrigens nicht nur ein negatives beispiel hier beim bei der rsa conference dieses jahr gab es eine wirklich spannende keynote die hier auch verlinkt ist und man erfährt hier wirklich sehr spannende einblicke in die bewegungen zum positiven kann ich sehr empfehlen da mal einen blick reinzuwerfen aber dann zurück zu uns ganz kurz also wenn wir die typische der vops pipeline anschauen lag unser fokus zu beginn eigentlich primär im bereich def und bild das ist auch eigentlich nicht falsch denn je früher man probleme findet und sie beheben kann desto weniger kosten verursachen sie am ende allerdings hat das effektiv auch zur folge dass die scan resultate erst nach der einbindung in die jeweilige bild pipeline sichtbar werden und wir nicht das aktuelle bild in der produktions ist wir wirklich alle anwendungen abgedeckt haben das kann lange dauern ebenso sehen auch teams die resultate erst nach der einbindung was die diskussionen möglicherweise etwas erschweren kann deshalb haben wir uns auch die andere seite vorgenommen weil richtung operate werden die prozesse deutlich einfacher und wir haben hier die möglichkeit zentraler einzugreifen unser ziel wurde daher hier alle produktiven anwendungen automatisch einzubinden und so wirklich daten über unsere komplette landschaft zu sammeln wie wir dies aktuell umsetzen werde ich in den folgenden slides genau erläutern ein sehr wichtiger baustein dieses vorhaben ist unser intern entwickelter ccm3 viewer dies ist eine web anwendung welche einen zentralen blick auf alle unsere jenkins deployments ermöglicht indem es die relevanten auszüge aus den datenbanken darstellt wir sehen hier also die ziel umgebung name der artefakte die versions nummer und weitere informationen wie etwa ein verlinktes jira ticket mit der entsprechenden produktionsfreigabe die rest api dieses tool erlaubt es uns sehr einfach an alle notwendigen daten für eine weitere automatisierung zu gelangen hierzu setzen wir aktuell zwei separate jenkins jobs basierend auf powershell ein nun warum powershell in einer java firma das war schlichtweg die mir gerade geläufigste skript sprache die nativ von jenkins unterstützt wird aber das gleiche prinzip sollte sich auch problemlos in anderen sprachen umsetzen lassen aktuell bewert sich dieser code aber sehr gut und müsste mit minimalen anpassungen sogar linux lauffähig sein ich werde den ganzen prozess hier kurz schrittweise am code erläutern als einstiegspunkt rufen wir alle daten von unserem ccm3 viewer per rest call ab das beinhaltet also wirklich alle deployments die über jenkins jemals durchgeführt wurde aus diesen daten filtern wir entsprechend nur was uns interessiert im moment sind das alle produktiven deployments die auch erfolgreich waren anhand eines zusätzlichen datums filter haben wir auch die möglichkeit das maximale alter zu beschränken über das deployment datum und der version stellen wir sicher dass jedes deployment nur einmal durch diesen job berücksichtigt wird andernfalls müsste bei jedem durchlauf alles erneut gescannt werden was für die performance nicht gerade förderlich werden alle neu erkannten deployments werden anschließend auch per rest api vom nexus heruntergeladen das ist dieser etwas längere aufruf hier das hat etwas finetuning benötigt ist dass auch alle spezialfälle abdecken konnte funktioniert nun aber sehr gut anschließend werden diese artefakte mit dem cli tool von nexus gescannt da wir die option automatic applications aktiviert haben ist kein weiter schritt notwendig da so automatisch anwendungen direkt im iq server angelegt werden bei einem erfolgreichen scan wird wiederum die das deployment datum und die version werden lokal gespeichert der einfachheit halber verwende ich hier das lokale datei system man könnte natürlich auch externe datenbanken verwenden im moment war das einfach der einfachste und schnellste weg das ist interessanterweise auch schon der großteil der magie dieser auszug hier stellt etwa 90 prozent des kompletten codes da im wesentlichen fehlen eigentlich nur die diversen variabel deklarationen ansonsten kann man hier mit basierend auf einer entsprechenden datenquelle sämtliche produktiven anwendungen automatisch importieren an dieser stelle haben wir alle anwendungen allerdings noch in derselben organisation im iq server in einem zweiten schritt reichen wir die automatisch erstellten anwendungen daher mit zusätzlichen daten anhand des jira tickets welches mit dem deployment verlinkt ist können wir per api den projektleiter auslesen pro anwendung im iq server können wir dann entsprechend die kontaktpersonen prüfen und bei bedarf auch per rest api korrigieren ebenso können wir automatisch organisationen im iq server erstellen und anwendungen basierend auf den daten die uns zur verfügung stellen verschieben hier verwenden wir ebenfalls den namen des jira projekts verlinkt mit dem deployment und als backup eine liste von group id präfixes die uns eine zuweisung zu einer organisationseinheit ermöglichen wer hier ganz genau hins schaut sieht dass wir eine interne api für das verschieben der applikationen verwenden ob version 86 ist das nicht mehr notwendig da werde ich später noch mal kurz darauf zurückkommt wie erwähnt durch diese zwei jobs kennen wir bereits unsere komplette produktive umgebung und sehen auch zusätzlich angereichte informationen im iq server dank dem feature continuous monitoring werden auch bereits importierte anwendungen täglich auf neue schwachstellen überprüft passierend auf diesem umfassenden und tages aktuellen datenbestand können wir nun über die success matrix api eigene statistiken erstellen eine solche generieren wir beispielsweise aktuell in einem dritten jengen's job der die daten als simple html grafik aufbereitet und per api auf eine confluence seite produziert hier arbeiten wir noch an weiteren optionen der einfache zugang zu den daten direkt im confluence ist aber sicher ein vorteil gegenüber komplexeren tools bei dieser grafik hier haben wir uns bewusst auf einige wenige dafür wichtige zahlen fokussiert und zwar sind dass die anzahl kritischer schwachstellen im total gegenüber der anzahl anwendungen die im betrieb sind bevor jetzt aber jemand seine ball als aktien verkaufen will dies sind rein illustrative frei erfundene zahlen widerspiegeln aber in etwa so die trends die wir bei uns aussehen eine spannende erkenntnis war zum beispiel dass die zahl der schwachstellen trotz gleichbleibender applikationen und anzahl der applikationen erstaunlich schnell ansteigt hier ist dies über die ersten zwei wochen ersichtlich weiterhin 400 anwendungen aber 100 zusätzliche schwachstellen stillstand bedeutet also rückschritt mit anderen worten ist die option hoffnung oder einfach mal nichts tun und abwarten nun hoffentlich auch vom tisch erwartungsgemäß steigt das total solange zusätzliche anwendungen hinzugefügt werden deshalb haben wir eine dritte kennzahl welche den durchschnitt pro anwendung berechnet diese ist besonders für die messung des erfolgs eines solchen projekts ein interessanter grad messung wenn wir nun hier davon ausgehen dass wir mit der behebung der schwachstellen starten hoffen wir natürlich dass diese kennzahl sinkt und wenn neue anwendungen dazu kommen die bereits in ihrem entwicklungszyklus von der lösung profitieren dass die kurve dann noch deutlich stärker sinken wird dank dieser kompletten automatisierung haben wir nun reale zahlen aus der eigenen firma die wirklich die komplette produktion abdecken und dies hilft uns auf die problematik mit konkreten daten aufmerksam zu machen wir können anhand dieser statistiken nun aber auch unseren eigenen erfolg kontinuierlich messen denn fertig ist man ja bekanntlich nun wollten wir def und sec aber nicht nur auf der tooling ebene näher bringen sondern auch über die teams hinweg wir haben dazu unsere security community intern gegründet diese hat das ziel derartige tools und kompetenzen zu etablieren aber auch den teams übergreifend aus den team übergreifenden austausch sicherzustellen und security themen in die teams zu tragen aktuell sind wir etwa 10 bis 15 freiwillige mitglieder aus diversen teams also security entwicklung ops willkommen ist eigentlich jeder der sich für security interessiert und wir arbeiten zusammen an themen wie auch etwa aktuell nexus life cycle die community ist auch unser gefäß um gemeinsam unsere security voranzutreiben und unsere richtung gemeinsam einzuschlagen über die letzten monate konnten wir natürlich auch einige erfahrungen sammeln die ich heute gerne noch präsentieren möchte zuerst das große aber bevor sie etwas ähnliches starten möchten diese herangehensweise ist stark davon abhängig welche typen von artefakten sie einsetzen in unserem fall ist dies glücklicherweise fast nur java als ears und wars wenn sie hier hingegen uber chars auch bekannt das schädet chars einsetzen dann wird die automatische erkennung versagen eine ähnliche problematik haben wir bei javascript hier ist es üblich dass bei einem produktiven deployment die ganzen dependencies in einem minify prozess gepackt werden und so für den scanner nicht mehr eindeutig identifizierbar sind hier sind also andere kreative ansätze gefragt und genau auch hier konnte in den letzten wochen unsere neue security community punkten und wir haben gerade in dieser woche sehr erfolgreiche resultate erzielt der wirklich wichtige tipp an dieser stelle ist allerdings achten sie auch auf anwendungen die überraschend wenig schwachstellen aufweisen oder generell überraschend wenige erkannte komponente möglicherweise müssen sie einen anderen scanning ansatz wählen und schwer zu erkennen nach meiner meinung liegt die die macht der tools in ihren api ist nicht nur jetzt der iq server die meisten modernen tools bieten wirklich hervorragende möglichkeiten zur automatisierung mein tipp ist daher experimentieren sie damit auch wenn der nutzen vielleicht noch nicht offensichtlich ist gut möglich dass sie die ein oder andere idee aufgreifen können wir wurden sehr gut von sonatype unterstützt durch das success customer success programm werden sie bei ihrem projekt aktiv begleitet und dieser kontinuierliche austausch war für uns wirklich wertvoll daher der tipp nutzen sie das auch über fehlende features gestolpert wie etwa die möglichkeit anwendungen per api zu verschieben hierzu habe ich in der community einen feature request platziert der dann trotz leider nur etwa drei upvotes wenig später implementiert wurde es lohnt sich also hier wirklich auch wünsche zu äußern was wir auch festgestellt haben die eingebauten success metrics reports oder auch das zusätzliche python script von carlos serrano bereiten wirklich sehr gute und sehr umfangreiche reports auf je nach empfänger kann sich diese informationsflut aber auch negativ auswirken daher lohnt es sich in meinen augen auch gezielten fokus auf bestimmte daten zu setzen wenn man alles applikationsverantwortliche zum ersten mal mit dem thema konfrontiert wird kann die handhabung von schwachstellen in fremden komponenten noch ungewohnt sein und beispielsweise fragen zur priorisierung aufwerfen hier lohnt sich eventuell ein blick in bestehende vorschriften in ihrer firma denkt denn dank dem einheitlichen cvss scoring kann man sich möglicherweise bereits an etwas bestehendem orientieren dann bin ich auch schon auf meiner letzten slide angelangt wir haben vermutlich noch ein paar minuten für fragen reserviert zum ende aber gerne noch den aufruf wenn sie weitere fragen haben oder generell an einem informationsaustausch interessiert sind dann sehr gerne ich bin per e mail linkedin erreichbar zum schluss hier auch noch ein paar links unter anderem auch zu unserem youtube-kanal wer sich für die thematik rund um open shift und automatisierung interessiert hat hier mein kollege nick kürzlich einen wirklich hervorragenden talk gehalten kann ich nur empfehlen dann würde ich gerne das wort zurück an schein geben gibt es bereits offene fragen die ich aufgreifen darf herzlichen dank für den spannenden vortrag es kam tatsächlich einige fragen so pöpöp durch den ganzen vortrag rein die auch teilweise schon beantwortet worden sind deshalb habe ich wirklich darauf hingewiesen dass wir im anschluss die fragen dementsprechend beantworten werden aber die erste frage war welche werden produktiver code gegen neue threads gecheckt der dann standard life cycle prozess durchlaufen wird das ist also praktisch ein hinweis auf dieses continuous monitoring möchtest du darauf noch mal eingehen wie einfach das ist ohne agent ohne neubau praktisch dieses continuous monitoring zu aktivieren genauso ist eigentlich wirklich nur ein setting im iq server man muss definieren in welcher stage man dieses feature aktiv haben möchte in unserem fall haben wir das wirklich auf die die produktion oder operate stage gesetzt und was das bewirkt ist dass anhand der erkannten komponenten also iq server speichert sich wirklich die die hashes aller erkannten komponenten werden alle policies einmal täglich neu geprüft besser gesagt die anwendung wird gegen das regelwerk geprüft das heißt selbst wenn die anwendung vor fünf monaten an bordet wurde wird täglich neu geprüft ob die damals erkannten schwachstellen die damals erkannten komponenten gegen neue schwachstellen anfällig sind klasse ich hoffe das beantwortet die frage dann kam noch eine weitere frage rein wie geht ihr mit fett und über jahrs anwendungen um und da bist du ja auch kurz darauf eingegangen dass man diese premium ification dementsprechend durchführen müsste möchtest du da noch einige sätze zu an den mann bringen genau also wir sind da eigentlich dem support artikel von sonatype gefolgt und haben bei den shaded jahrs das copy dependency plugin getestet erfolgreich getestet der große nachteil ist natürlich es hilft wirklich nicht für für den import aus der produktion das hilft nur in der ender bild phase spannend war jedoch dass bei der betroffenen anwendung dass es sich um eine konterinisierte anwendung halten handelt zu beginn wurde dieses zusätzliche plugin eher als unschöner workaround gesehen lustigerweise hat sich dieses tool nun als lösung für ein weiteres problem in der containerisierung herausgestellt und zwar indem wir separat alle dependencies in den container packen kann sich doch beim rebuild diese ganzen daten aus dem cash holen und wir müssen das nicht alles immer wieder erneut die plan also interessanterweise sogar noch unerwartete vorteile entdeckt und dann kommt noch eine frage was macht ihr mit ergebnis mit den ergebnissen konkret werden anwenden anwendungen aus dem betrieb genommen beziehungsweise gar nicht aufgenommen nach bestimmten kriterien wir haben aktuell keine harten folgen von diesen resultaten insofern machen wir auch keine ausschlüsse gescannt wird alles was die pleut wird ziel ist natürlich nach und nach die anwendungen auch anzugehen bei jeder die wir angehen versuchen wir möglichst in die bild pipeline einzugreifen wo das möglich ist aber konkret haben wir da keine ausschlüsse da wird eigentlich alles alles gleich behandelt klasse da kann man noch zwei drei fragen die wir gerne im anschluss beantworten würden offline wenn das für sie in ordnung ist denn ich würde jetzt gerne erstmal mich herzlich beim beim flavio für den vortrag bedanken hochinteressant ich hoffe da war die ein oder andere gedanken anregung für unsere teilnehmer dabei das für sie in ordnung ist